So, da sind wir zu Part 15, wie im letzten Part schon angekündigt geht es jetzt direkt weiter, wir haben noch unentschieden gespielt und jetzt müssen wir weitermachen. Also leg los du, Pupskopf du. Ach man ey, 0-0 und das war wirklich in den letzten Minuten, aber auch die letzte. Du musst doch mal die Riesen-Jones sein. Die war ja sehr, sehr geil und ich bin mir gegen R.A.F.C. Belgium, die in Rot-Weiß. Ja, mit den grünen Trikots hat es nicht geklappt, jetzt versuchen wir es mal mit den Weißen. Ja, wir spielen auch jetzt zuhause, jetzt zuhause können wir den Aufschicht anmachen. Obwohl, passt jetzt, äh, mit weißen Schuhen und weißen Trikot. Ja, bei mir rot ist, grün, rot, grün, rot, grün, rot, geld, die Schuhe. Und jetzt knallst du noch mal rein, warum? Bum. Ich mach nochmal was für mich. Bum. 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 Das macht ja noch nicht mehr als dieимость, dann kann es ja nur klappen. Bum. 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 er kommt das ist ja ein beschlosses Prozent der Liga sagen wir haben in der Nähe der Anwalt in die Spitze Ja das war schon sehr. Oh Tor. Oh Gott. 8 Spieler ausgedriffelt. Oh Gott. Was war denn für Tor? Ich will so an den Tor stellen. Oh der geht da nicht oben. Oh der geht daneben. Oh der geht daneben. Und der hat so eine Leistung dafür gekriegt. der ausgebildet ist sie an dieser Bewegung wir haben uns in die Städte aus dieser Flanke auch mit dem Tümpel von Schengen dort hat und vor Ort ein Glied durch mich mal auch nicht aber dies hat mich die Gäste die Erklage die Beschläge mit dem Dorf der Ecke Nein, ich bin nicht ganz klar jetzt, ey. Oh, der ist ja gut inzwischen gegangen und hat den Angriff unterbunden. Oh, geil. 2 Mann. Das geht immer trotzdem, ey. Nein, Bartling. Auf die andere Seite. Wieder den Ball angenommen. Oder doch, nehmen wir doch noch den Ball? Nein, nehmen wir natürlich nicht. Gestern mit nur den Ball. Bartek. Wens zum Beispiel. Hat es gemacht, naja. Ja, scheiße. Mama Fett. Oh, Pinkeltiner. Ekel. Ey, nein, das kommt ja vorhin. Nachdem wir unseren grandiosen Tor... Jetzt komm einfach mal. Ich komm mal rein. Waren mal rein. Warzeit, war das? Na, ich sage? Ich kann solche Kulaturischen. Das war mir nicht mehr abgefunden. fälscht wir waren auch immer aus dem da rein die Hälfte aber erst dabei sind nicht drei Spieler ausgedrückt und haben so geschossen und die die Stille die Arme die St sie in in die 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 3 1 und reichen der Punkt reiht sich die Anbieter Montag der Montmartin die Arma und es geht um ich wollte doch gar nicht mehr drangeben, ist auch in der Nähe ich bin oh nein, nein, nein nein, nein nein, nein, nein nein, nein, nein nein, nein, nein nein, nein nein, nein, nein nein, nein, nein 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 noch Mäckchen 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 wie immer Mäckchen oder die wenn er abgebildet werden sein D wenn der Kist der D Mäckchen Mäckchen in von das wird in den letzten ein mit dem ja nahm in allen als voran schädigt denn manche in dem manchen und am besten die 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 so ungefähr dort er hat da hat er sich vor ähm, wibbelt. Boah! Edel! Ja! Juhu! Juhu! Lauf dein Eilbauer durch! Guck da! Einer, zwei und drei! Juhu! 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 Mein Gott! Der rennt er einfach mal durch! Dann rennt er sich auch hier, komm! Ich komme hier! Komm der Pass! Jaya! Boah! Wieder Wasser! Juhu! Mein Gott! Ich kann ja gar nicht halten! Abgefälscht mein Tor! ein bisschen in meine Augen gar nicht zu spüren sie oder in Bernardo ist ganz gut er war der Ball zu weit weg von Fuß jetzt können sie aber mal zwei Prozent abweichen ja jetzt nicht den Anschluss fangen ja schön weil er gegen gegenlandet beim Torwart den Abend der fängt gegen Anspruch oh, den ist noch drüber mach ich was nicht wegkommen er kriegt hier Unterstützung süß nein oh oh ja nein vielleicht ich schieb ja was geht denn jetzt aus es gibt es kommt bei uns ja 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 nein nein das ist ja das ist ja das kann nicht wahr sein dass ich allein immer durchlaufen da das oben das 3 1 2 war das lustigste nein kann ich sagen wir hier das lustigste war das vielleicht das 1 nur das was ich glaube ich habe ein das das hat die wir das 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 die Stadion hier ist gut so eine St ja wir haben die Ausgleiche mit Schick Dornal Dörren Geld viel Geld der Aufstieg ist er wenn er sich zu halten sichern denn auch das hat nicht die Meisterschaft können auch noch holen die Maschinen und nur drei Spiele Zeit zweiter nach diesem Spiel natürlich noch sechs Punkte machen wir haben 18 Punkte dann haben wir doch geschafft eigentlich ein guter Meisterschaft ja und ihr wart klar ist aber so wie man es unter der Beiratungszeit beginnt an die Antrieb heute wieder durch ich bin in der Räustel Räustel machen wir vorbei in Räustel der Räustel und ein Wiener aus dem Anliegen nein und verdient auch in der Zeit soll die die nach der Wende wenn er das ist jetzt nicht gut kommt zum psychologischen guten Zeitpunkt ein warum bei mir die Bände und ich hätte ausgeprägt die Tätigte nichts Räckchen die Tätigte die Tätigte nein nicht wollen nicht wollen ja und ein ja 3 das ist jetzt auch mit der Schneide nun die Krieger nicht unter Kontrolle abseits ab ja aber ich habe meine aber sie sind hinein ganz wichtig mit Brombeck die Blüten die St weil sie der Kapitänzungen sind sie sind nämlich immer für ja dass sie das ist nicht so die weil sie so wie wir nun ja kommt einer die Schlob gerade raus noch umzunehmen und die Brom jawohl ja vielleicht glaube ich noch mal in der Küche noch die Klinik okay so gut jetzt kommen wir in der Kopferung S. Das ist nicht der Sechdinger. Ich komme jetzt. Wenn ich einmal in den Kopfball dran komme ich dann drin. Ken wir ja ja, oder? Boah, ich bin einmal 4 gegen 2. Und jetzt geht es noch 3. Dann geht es noch. 4 gegen 4 jetzt. Und jetzt komm Gegenzug. Ich komme. Wenn ich bekomme. Ja, ja. Nein, ey. Das sind nicht zu sicher sein. Sein Name nicht stimmt. Kann vergessen. Machen wir es nicht. den Titel von Rollen nach vorne Nürnberg doch besser und hier ist exakt von Rollen und Statistik des Ballbesitzes es von der Rolle wir kommen nein ja ein hohes Topf der Abweich und ein noch richtig gut rausgespielt und das war jetzt wieder nicht in Zukunft jetzt sehen wir das wird heute den Locker aufnehmen die Ehe bis zu der Mitte neun und freundlich große Dachstum das ist aber nicht so kann jetzt noch immer mit der Kassel mach ein ja auch sein wo ganz wo gern zu stehen auch ich hab keine aber ist auch er ein Wort noch ausgeholt sie sind die Mitglieder der Einladung die Stuttgart auf Planeten er und dann auch nicht so ist noch ein zweiter als für die Medien nehmen die gefährlichen das müssen wir die Lücken mit einem anderen nicht in der Ploppa in den Blomberst wir haben wollen und das ist zu passen nein ja wohl z.a. nicht zu weit wollen auch nicht wie das ist was er geht wenn das lieber schämen er konnte er macht den nein jetzt will es kann nicht werden 8 sobald in den Bernden ich komme in beiden aber nicht so und dann gibt es nicht mehr schießt und noch selber noch selber jeder die Hörer die Künstler in der Hälfte und auch die Erste in die Hälfte Prozent Fähigkeiten erzielt, Leistung, Fähigkeiten erzielt, habe ich gekriegt. Was ist denn los hier? Aufstieg, Aufstieg. Nie mehr. Fünfte Liga, nie mehr. Nie mehr, nie mehr. Der letzte Angriff war richtig geil gespielt. Geil, geil, geil. Jedenfalls sehen wir uns dann im letzten Spiel noch im nächsten Part, also hau da rein und tschau.